Hallo zusammen und willkommen zurück bei SOMA. Wir haben alle Komponenten, um den Anzug zum Laufen zu bringen. Und ich lasse mich jetzt einfach mal transferieren. Warum Fehler? Moment. Erneut versuchen. Ah. Okay, ich vertraue dir jetzt einfach mal, Catherine. Denke ich. Aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Wir müssen die Aktivität, die durch Ihren Kortex-Chip manifestiert werden, durch den Amplifier, führte es in den neuen Chip und dann schaffte es, dass es synchiert wird. Du hast mich da halbwegs verloren. Du musst es nicht wirklich verstehen, einfach machen sie zusammen. Okay. Ich muss dafür sorgen, dass die gleich sind, vermute ich. Oder? Nee, das muss so sein. Fast. Das sieht ja schon fast richtig aus. Moment. You can climb into the pilot seat now. Oh, ready? I have everything under control. So please, have a seat. Catherine, bist du sicher? Ich weiß nicht, du klingst irgendwie... Ja, ja, du klingst irgendwie so... Hast du was anderes vor? Kann ich dir vertrauen? Ich nehme mal Platz. Ah, endlich Sitz. Sorry about any discomfort. This should be a return. It's like having your picture taken. Well, with the most expensive camera in the world. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Ha, bestimmt. Boom. What was that? No, I could just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied. And now, you are here. Just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Okay... Is this eigentlich Selbstmord, was ich jetzt machen werde? Moment. Ich möchte ihn doch nur irgendwie... Okay. Ciao, Simon. Okay, ich glaube, ich kann hier jetzt nichts machen. Sondern er wird einfach langsam, aber sicher dahin sterben. Oh man. Okay. Wir gehen weiter. Aber es stellt sich natürlich schon eine Frage. Und zwar, sind wir eigentlich noch wir? Wenn wir jetzt eine Kopie einer Kopie sind von Simon, wie viel ist uns da noch wirklich Simon? Ich meine, verändert sich die Psyche und der ganze Mensch dadurch, dass sein Unterbewusstsein im Prinzip immer und immer wieder kopiert wird? Ist er vielleicht so ähnlich wie bei Videos? Wenn man ein Video immer wieder auf YouTube hochlädt und dann herunterlädt, irgendwann ist das Video dermaßen komprimiert, dass man nichts mehr darauf erkennen kann. Ist das da vorne der Fahrstuhl? Vielleicht ist es mit Menschen ähnlich. Der Mensch verliert sich selbst dadurch, dass er sich immer und immer wieder selbst dann kopiert und von seiner Psyche und seinem Bewusstsein ist da nicht mehr viel übrig. Ist das hier der Fahrstuhl? Moment, Ocken, ist doch kein Roboter. Hi! Du bist mein Freund, oder? Hoffe ich. Okay, Omnitool. Sind wir hier fertig? Ja. Aktivieren, bitte. Sicherlich. Und wo mache ich das? Ähm. Ach. Runter, Passagiere, einer. Reicht das schon? Ich will doch nicht hoch. Ich will runter, genau. Oder mache ich zwei? Weil Catherine ist ja auch dabei. Nee, ich mache einen. Ein Passagier. Catherine ist gegangen. Los. Ach, da ist ein Hebel. Moment. Moment. Okay. Oh, das erinnert mich gerade an der Achterbahn. Hui, los geht's. Ich bin. Ich will. The real me died like a hundred years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Katherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin and if I had called the wrong side, I'd be running away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ, this is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind, why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. What are you doing? When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of hope? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan a hundred years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the yard, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Oh-oh. Was passiert hier? Catherine? 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 Hello, Catherine? What happened? Kann ich mein Omnitool wieder haben? Okay. Ich will mein Omnitool haben. Oh, was ist das? Ein Leuchtfisch! Wie hübsch! Oder sind das überhaupt Fische? Keine Ahnung. Anscheinend lasse ich das Omnitool hier. Moment. Da ist anscheinend irgendwie eine Sicherung oder so rausgeflogen. Kann ich nicht irgendwie... Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. I think it could be the atmosphere pressure. It's pushing pretty hard. Really testing the limits of my suit. Don't worry. It should hold. Comforting. It will hold. Okay. Und wieder muss ich ihr wohl vertrauen. Ich weiß nicht. Ob das so ne gute Idee ist. Alles klar. Ähm. Was soll ich denn tun? Mich einfach wieder hinsetzen? Wird... Wird das Zeitraum geflogen, wenn du nicht geflogen bist? Wird das Zeitraum geflogen, wenn du nicht geflogen bist? Was ist die Unterschiede? Ich fühle mich nicht, dass ich zurückgehalten oder geflogen bin. Und ich habe nicht die Möglichkeit, auf die Zeit, die ich geflogen bin. Es ist einfach geflogen. Es klingt wie schlafen, ohne den Träumen. Ja. Aber generell wirst du antizipieren, wenn du schlafen bist. Und es gibt eine natürliche Weiterentwicklung, weil wir oft wohnen, wo wir schlafen sind. Meine Erfahrung ist eher wie... ... ein immer-schänderungs-Moment, der nie wirklich nicht zu Ende findet. Es klingt wie ein Film, die live editiert worden sind. Ich glaube so. Ich glaube, es klingt spannend, aber es bleibt mich wirklich aktiviert, bis zu dem Punkt der Exhaustion. Es ist schwer. Es könnte schlimmer sein. Es könnte ein Zeitraveller sein, in einem Körper, die aus schlafen zu schlafen ist. Das wäre das Schlimmste. Aber wer sagt, dass nicht wir auch ständig so Stromausfälle haben? Und wir merken es gar nicht, weil für uns läuft die Zeit dann ja nachher wieder weiter. Oh oh! Was zum... Catherine? Oh verdammt! Was zum... Oh Mist! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Ich werde die Vorbereitungen machen. Verdammt! Welche Vorbereitungen? Willst du mir den Kuchen backen? Oh, gut! Du bist zurück! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist auf der Kuchen? Was ist auf der Kuchen? Es macht dich sofort aus. Es sprach mich. Es sieht aus wie ein Mann, einer von WoWs-Kreaturen. Es hat nur einen Moment auf dich geschaut. Es hat nur einen Moment auf dich geschaut, dann hat sich auf den Abiss. Es hat gesagt, dass es ein Vorbereitungen machen würde. Ich mag das Geräusch. Es war sehr verrückt. Ich dachte, es wird dich zu töten. Ich bin glücklich. Ja. Ich bin auch. Okay. Ich bin hier irgendwo. Technisch. Es freut mich nicht. Es freut mich. Halt mal. Wir gehen zur Tower und finden diese Art. Okay. Ich nehme dich mit. Interessant. Wir sind jetzt unten und irgendwo hier muss die Arche sein. Und es ist verdammt dunkel hier. Außer das Licht da drüben. Ja, Freunde. Und was uns hier erwarten wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. evening. vịios. Vielen Dank. there sind auf den League Nhanden.